Und damit willkommen zu einem kleinen Trophäen-Guide für Arisen 1. Gibt es ja jetzt mittlerweile für die PS4. Das ist direkt der Beginn des Spiels. Schnappt euch eine Waffe und lauft den Weg, den ich gleich zeigen werde. In diesem Video geht es um die Trophäe Idiot. Für diese Trophäe müsst ihr dreimal zu Tode stürzen. Auf dem Weg bis zu der ersten Klippe, die hoch genug ist, um dies zu tun, kommen ein paar Gegner. Die Kämpfe spule ich etwas vor, aber den Weg lasse ich normal. Für eine bessere Orientierung natürlich. Die Kämpfe spule ich etwas vor. Dies war der letzte Gegner. Wenn ihr euch bis hier hoch durchgekämpft habt, seht ihr dieses Haus. Wenn ihr dieses Haus seht, biegt ihr links ab. An diesem Punkt angekommen, spaltet ihr erstmal ab. Jetzt heißt es nur noch, Klippe runterspringen. Das dreimal wiederholen und somit habt ihr die Idiot-Trophäe. Einfach wieder auf Spielstand laden und immer wieder wiederholen. Jetzt das dritte Mal und somit haben wir die Trophäe Idiot freigeschalten. Danke fürs Zusehen, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Haut rein. Ciao, ciao.